Liebe Gemeinde und alle Versammelten, wir werden unsere zweite Stunde beginnen und suchen dazu das Lied Nummer 17. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehrmüh, singen den ersten, zweiten und den dritten Vers. Erste drei. Herr, den mächtigen König der Ehrmüh, komm in die Kreis, meine Seele, was ist mein Begehren. Wo er zu komm, zahlt er unter Verwachter, lasse den Mondgesang hören. Herr, den Herrn, der alles auf das Licht regiere, der dich auf alles geführe, so sicher geführe, der dich erhört, weil es halt so ihm gefällt, das, was du fernig verspüren. Ohne den Herrn, der künstlich und heilig bereitet, Wer dir Gesundheit verliebt, der dir Gesundheit verliebt, der Gott ist geleitet. Wir hören das Wort Gottes aus Offenbarung 22, 2. Es reist mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes, des Stromes, Bäume des Lebens, betragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zu Hause der Völker. Herr, du sagst hier beugen und ich möchte Schwester Anna bitten, mit uns zu beten. Herr, unser Vater, danke, dass du mit uns bist. Danke, dass wir dein Wort hören können. Danke, dass wir deine Kinder sind. Und danke, dass wir heute zusammen alle Segen von dich annehmen können. Wir wählen jetzt, dass du auf dem ersten Platz in unserem Herz bist. Und wir danken dir für den Heiligen Gast. Und wir danken dir für alles, was du für uns heute vorbereitet so schön hast. Bitte hilf uns, segne uns und alle auch die anderen Leute, welche heute keine Möglichkeit haben, dein Wort direkt zu hören. Und zeig auf uns, wie können wir die anderen helfen. Danke für allen Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich konnte euch setzen. Liebe Geschwister, liebe Jungen, liebe Kinder, ich möchte dem Herrn danken, dass er uns noch eine Gelegenheit gegeben hat, uns auf dem Sabbat zu versammeln und aus seinem Wort zu lernen, ihn zu loben und zu preisen. Und bevor wir zu unserer zweiten Stunde zur Predigt übergehen, werden wir ein kurzes Programm von den Kindern hören und auch so Musikstücken. Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, hoch und weit, festgespannt über unsere Welt. Guter Gott, ich könnte dich schütteln, schütteln, um den Gott mit. Lass mich unter deinen Segen lieben und den Weintag geben, bleib' bei uns alle Zeit. Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Segne uns, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht, leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternicht. Guter Gott, ich könnte dich schütteln, schütteln, um den Gott mit. Guter Gott, ich könnte dich schütteln, um den Gott mit. Lass mich unter deinen Segen lieben und den Weintag geben, bleib' bei uns alle Zeit. Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Segne uns, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Gott, dein guter Segen ist wie ein Freundesrand, die mich hält, die mich führt in ein weites Land. Guter Gott, ich bitte dich, fühle und begleite mich. Lass mich unter deinen Segen lieben und den Weintag geben, bleib' bei uns alle Zeit. Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Segne uns, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Gott, dein guter Segen ist wie ein weiches Nest. Danke Gott, weil du mich heute lieben lässt. Guter Gott, ich danke dir, deine Siege schütteln, mir. Und ich kann mit deinem Segen lieben und den Weintag geben, du bleibst bei uns alle Zeit. Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Segnet uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Guten Morgen, liebe Kinder, gesegneten Sabbat wünsche ich euch. Ich wurde heute gebeten, eine Kindergeschichte für euch zu erzählen, aber da das alles ein bisschen spontan gelaufen ist, möchte ich euch eine Erfahrung erzählen, die mir widerfahren ist und meinem Sohn, Alexander, das ist der Große dort. Und zwar, als wir zum Glauben gefunden haben. Als wir zum Glauben gefunden haben, ist Alexander noch in die Schule gegangen, in die Fachschule. Und eines Tages kam ein neuer Schüler in seine Klasse. Also der war sehr groß, also so groß und so groß war er, also überall nur groß war er. Und sie haben sich kennengelernt, haben miteinander geredet und es hat sich herausgestellt, dass sie auch über den Glauben geredet haben. Und leider ist das so gewesen, dass dieser Junge Adventisten gekannt hat, also das, was wir sind, und einen Hass auf sie hatte, aus welchem Grund auch immer. Also im Hintergrund eines Menschen steht immer Satan, der dann eben den Menschen treibt, jemanden zum Hassen. Und es wurde nie eine Freundschaft zwischen den beiden, sondern gerade umgekehrt. Also dieser Junge, dieser große Junge, hat angefangen Alexander zu hassen. Und er hat ihm gedroht, er hat ihm geschimpft und hat dann gesagt, warte nur nach der Schule, ich verprügele dich für nichts. Und ja, wochenlang ist das so gegangen und ich als Mama habe nichts davon gewusst. Und irgendwann einmal ist Alexander nach Hause gekommen und hat mir das alles erzählt. Und ihr wisst ja, wie Mamis besorgt sind. Wenn ihr hinfallt, wenn ihr euch wehtut oder wenn man euch etwas sagt, was hässlich ist, dann sind Mamis besorgt. Wir Mamis sind so, wir wollen unsere Kinder immer beschützen. Ja, und für mich war das ein Schock. Also ich wusste jetzt nicht so wirklich, wie ich damit umgehen soll. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr wurde ich auch wütender. Und desto mehr wollte ich was dagegen unternehmen. Und ich wusste nicht was. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin dann durch die Wohnung gegangen und habe mir gedacht, ach, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich meinem Kind helfen? Ich gehe morgen zum Direktor. Ich gehe zum Klassenvorstand. Am besten, ich hole mir einen Anwalt. Und wir verklagen diesen Jungen. Und ich habe geredet, geredet, geredet. Und Alexander hat mich angeschaut und hat gesagt, Mama, warte. Und ich, oh, was soll ich warten? Was? Und er sagt zu mir, was kannst du machen, was Gott nicht machen kann für mich? Und ich bin so, Schatzkinder, ich bin so gestanden. Ja, stimmt. Was kann ein Anwalt machen? Was kann ein Direktor machen, ein Klassenvorstand? Was unser lieber Gott nicht machen kann. Und ich habe das in Gottes Hände gelegt. Und ich war stolz, dass mein Kind diesen Gedanken vor mir schon hatte. Also er war ruhig, obwohl er alles mögliche in der Schule erlebt hat von diesem Jungen. Er war ruhig, ja. Und einige Wochen danach, wir haben gebetet, wir haben gefastet für Alexander. Wir haben nichts unternommen, nur gebetet und gefastet. Und dann, eines Tages, habe ich erfahren, dass dieser Junge, der hatte Prüfungen nachzuholen in der Schule, die er versäumt hat. Er hat eigentlich geglaubt, die Lehrer vergessen darauf. Sie werden nicht drauf kommen. Und dann gab es eben eine Frist, die er nicht eingehalten hat. Und dieser Junge wurde rausgeschmissen aus der Schule. Und er war nicht in Alexanders Klasse. Und als Alexander nach Hause gekommen ist, ich habe mich halt ein bisschen gefreut. Okay, er ist nicht mehr in Alexanders Nähe, da besteht jetzt keine Gefahr. Aber Alexander hat gesagt, Mama, ich habe gebetet für ihn. Ich habe gebetet, dass sie ihn doch noch zurücknehmen in die Schule. Und es ist wirklich so passiert, der Junge bekam noch eine zweite Chance, dass er diese Prüfungen noch macht. Also der Herr ist wunderbar. Aber er hat diese Prüfung wieder nicht geschafft, also nicht gemacht. Er hat die zweite Chance nicht genützt und er wurde endgültig aus der Schule geschmissen. Und Kinder, warum ich euch diese Lektion erzähle, ist ganz einfach, egal was passiert, ob es im Kindergarten ist, in der Schule. Anfechtungen werden immer in eurem Leben sein. Wir haben das heute in der Sabbatschule, in der Erwachsenen-Sabbatschule gelernt. Aber vertraut auf Gott, legt ihm all eure Probleme in seine Hände. Wie bei Psalm 50, 15. Und ruft Gott an und fragt ihn und betet und hofft darauf, dass er euch hilft. Er wird sicher helfen, das sage ich euch. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Danke, dass ihr so lieb zugehört habt. Amen. 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 Es ist mir eine Freude, dass ich heute mal wieder bei euch sein kann. Es war doch eine gewisse Zeit der Pause dazwischen, die Corona-Zeit. Und ich hoffe, die Präsentation funktioniert. Wenn nicht, machen wir es auch ohne. Das Thema, mit dem ich mich heute befasst, habt ihr schon im Eingangstext gehört. Und zwar ist es der Lebensbaum. Der Lebensbaum ist ein Thema, das eigentlich, wo steht dieses Thema in der Bibel? Es steht am Anfang und es steht am Ende. Am Anfang sind es zwei Bäume im Paradies, Baum der Erkenntnis und der Lebensbaum. Und da sind wir schon am Ende. Am Anfang war die Bedingung, den Zutritt zum Baum des Lebens zu haben, dass der Mensch auf die Stimme Gottes hören würde. Und Adam und Eva, bevor sie gefallen sind, hatten immer von diesem Baum des Lebens gegessen. Und das ermöglichte es ihnen, für die Zeit, wo sie Zugang hatten zum Baum des Lebens, zu leben. Und so wäre es gewesen, wenn sie ihre Prüfung bestanden hätten, dass sie ewig gelebt hätten. Nun, ein alter Prediger, Spurgeon, einer meiner Lieblingsprediger, schreibt, ich lese euch ein kurzes Zitat. Als Adam gesündigt hatte und hinausgetrieben wurde, sagte Gott, damit er nicht seine Hand ausstrecke, vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, darum trieb Gott, der Herr, den Menschen hinaus. Und jetzt schreibt er, und das müssen wir uns gut überlegen, ob er recht hat. Hört gut zu. Einige haben angenommen, dass dieser Baum des Lebens im Garten Eden dazu gedacht war, den Menschen in der Unsterblichkeit zu erhalten. Dass sein Verzehr ihn in der Kraft unfehlbarer Jugend unterstützt, ihn vor dem Verfall bewahrt und seiner Verfassung durch eine geistige Regeneration das Siegel der Ewigkeit verliehen hätte. Dann schreibt er eine Bemerkung und da müssen wir gut nachdenken. Ich weiß nicht, ob es so war. Was denkt ihr? Was wissen die Adventisten? Wissen die Adventisten, ob es so war, dass es notwendig war, vom Baum des Lebens zu essen? War es notwendig? Oder konnte der Mensch auch so ewig leben? Das ist eine gute Frage. Die werden wir beantworten. Hoffnung auf ewiges Leben, das ist das größere Thema. Alle Menschen, wenn sie mal in mein Alter gekommen sind, ich sehe es in manchen, die haben auch schon graue Haare, die fragen sich natürlich, woher kommt das? Wohin führt das, dass man so alt wird, grau wird? Es ist ein Alterungsprozess und jetzt dürft ihr nicht lachen. Manche sind von euch vielleicht noch keine 25, aber die Haut altert schon ab 25 Jahre. Der Alterungsprozess ist eine Sache, die sehr, sehr früh anfängt. Und natürlich haben die Leute geforscht. Wir kommen zum nächsten Punkt. Und sie haben geforscht, was kann man machen, um das Altern möglichst zu stoppen oder aufzuhalten? Was kann man machen parallel dazu, um die Krankheit zum Beispiel Corona gentechnisch zu lösen? Wie kann man das machen? Also hat man versucht, auch an den Genen zu forschen, ob es möglich ist. Man hat sich ermutigt gefühlt, das zu tun, weil man hat in der Tierwelt Phänomene gefunden, die sehr, sehr langsam gealtert sind. Und da hat man gedacht, naja, irgendwie muss man das übertragen können auf den Menschen. Zum Beispiel hat man festgestellt, ein Tier, ein Nagetier, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ich habe es nicht im Bild hier, ein sogenannter Nacktmull, ein mäuseartiges Nagetier, es altert kaum. Warum? Warum altert es kaum? Man hat das nicht genau erkannt, aber man hat erkannt, Krebs, Osteoporose oder Herzprobleme, das war diesem Tier absolut fremd. Die Forscher vermuteten, dass irgendwo die Gene repariert werden. Und das ist bei uns, wenn wir alt werden, nicht immer der Fall. Die Gene, die werden schlecht. Aber da hatte man gedacht, es sind spezielle Proteine, die andere Proteine bei ihrer korrekten Entfaltung unterstützen. Das hat man gedacht, das ist bei diesem Nagetier der Fall. Und dann hat man ein Tier gefunden in Mexiko, das ist dieser sogenannte Axolotl, ein Lurch. Habt ihr davon schon gehört? Was ist mit diesem Lurch? Was ist mit ihm? Nein, er ist nicht blind. Wenn er ein Glied verliert, das kann passieren, weil durch, dass er sich irgendwo einklemmt oder dass jemand drauf tritt, dann wächst das nach. Die Gene sind in der Lage, das komplett nachzubilden wieder. Also fehlt ein Glied, wird das komplett nachgebildet. Vor Jahren habe ich mir gedacht, wenn das bei unseren Zähnen der Fall wäre, wie wunderbar wäre, dass wir würden keine Schmerzen mehr beim Zahnarzt haben müssen. Eine wunderbare Sache eigentlich. Aber so weit sind wir nicht. Wir altern ein Leben lang. Wir altern ein Leben lang. Man hat immer wieder an diesem Problem herumgedoktert. Kann man mit bestimmten Elixieren das Leben, die Leistung verändern? Kann man den Menschen stabiler machen in seiner Gesundheit? Dann haben die Forscher nachgewiesen, wenn der Mensch alt ist und seine Kalorien reduziert, was passiert dann? Das gibt uns zu denken. Man hat auch festgestellt, dass Menschen nach Hungersnöten, die das durchlebt haben, die wurden älter. Man hat festgestellt, dass die Kalorienreduktion bei Mäusen zu einem längeren Leben führt. Naja, das gibt aber Probleme. Was gibt es für ein Problem, wenn man die Kalorien oder alles reduziert in der Ernährung? Dass vielleicht auch Stoffe fehlen, die dazugehören. Das hat man dann auch festgestellt. Man hat mit Hungern nicht diesen Erfolg gehabt. Und man wollte natürlich auch, und das ist vielleicht das Entscheidende heute, man möchte, dass das Alter eine gewisse Lebensqualität beinhaltet. Ich weiß nicht, ob ihr schon in Altersheimen wart. Ich erinnere mich an eine Dame, die ich ab und zu besucht habe im Altersheim. Die hat gesagt, mir ist so langweilig hier. Ich habe nichts mehr zu tun. Das ist ein Punkt. Das Gehirn muss auch beschäftigt werden, sonst altert der Mensch. Aber bei all diesen Dingen kann man auch dazu, Medikamente zu untersuchen, die das Altern stoppen oder verlangsamen sollten. Aber man hat eine bestimmte Substanz gefunden, hat festgestellt, dass sie das Immunsystem hemmt. Also auch nicht gerade positiv. Man hat dann festgestellt, dass dieses Medikament umstritten bleiben muss. Es hat vielleicht einen positiven Effekt, dass es gewisse Prozesse verlangsamt. Aber wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann sind wir vielen Erkrankungen ausgesetzt. Was haben wir heute für ein Problem mit Corona? Die Leute sollen geimpft werden, die über 70 sind. Ich bin jetzt gerade so an der Grenze. Und man weiß aber, dass das Immunsystem bei den alten Menschen, 30% wirken die Immunisierungen nicht. Wie ist ja auch immer geschehen. Ob das jetzt mit diesen Vektor-DNA-Impfstoffen passiert. Also das funktioniert nicht, weil das Immunsystem zu schwach ist. Also liegt das Problem eigentlich am Immunsystem selber. Der Lebensbaum. Der erste Lebensbaum war für den Menschen eine Prüfung. Er sollte in dieser Prüfung zeigen, inwieweit er der Stimme Gottes vertraut und auch auf Gott hört. Er hat versagt und was ist passiert? Das ist bekannt, das wissen die Kinder auch. Was ist passiert, nachdem der Mensch versagt hat? Was ist passiert mit ihm? Wenn wir es nicht wissen, dann schlagen wir die Bibel auf. Die Bibel sagt es uns sehr klar. Kapitel 3, 1. Mose. Da wird es uns berichtet. Und Gott, der Herr, sprach. Der Mensch wollte sein wie Gott. Die Versuchung war von Satan gegeben. Du wirst sein wie Gott und Gott will das nicht. Nun, und Gott, der Herr, sprach. Siehe, der Mensch ist geworden, wie unser Einer weiß, was gut und böse ist. Ist das so schlimm, wenn wir wissen, was gut und böse ist? Oder ist es für uns besser, wenn wir nur wissen, was gut ist? Paulus sagt, wir sollen all dem nachdenken, was aufbauend ist, was gut ist. Aber wir befinden uns in einer Zeit, wo wir mit Negativen sehr stark konfrontiert werden, sodass wir eigentlich eine Erkenntnis haben, die für uns nicht nützlich ist. Nun, Gott sagte daraufhin, nachdem er sagte, der Mensch weiß, was gut und böse ist, ich weise ihn aus. Da wies in Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war. Und dann heißt es noch massiver. Und er trieb den Menschen hinaus. Warum muss er ihn wohl hinaustreiben? Freiwillig ist er wohl nicht ganz gegangen. Das hat er nicht verstehen können. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubin mit dem flammenden Schwert. Nun, das war das Problem, vor dem Adam und Eva standen. Dass sie nicht mehr zurück konnten in dieses Paradies. Der Lebensbaum war versperrt und Adam und Eva konnten noch lange zu diesem Ort kommen, aber sie hatten keinen Zugang mehr. Und das war ein Problem, von dem der Geist der Weissagung berichtet. Nachdem die Sünde Eingang gefunden hatte, verpflanzte der himmlische Weingärtner den Baum des Lebens. Wohin? Da ist er verpflanzt. Habt ihr schon mal versucht, einen Baum zu verpflanzen? Ich hab mir's überlegt. Ich hab einen schönen Marillenbaum bei mir zu Hause, aber er steht an einer solch windigen Ecke, dass er Blüte bringt und dass danach fällt die Blüte ab und bringt keine Frucht. Ich hab mir das schon oft überlegt. Aber eines hab ich mir überlegt, er ist schon so groß, ich will es nicht wagen. Aber Gott hat es gewusst, dass der Baum geht an. Der Baum des Lebens, der ist möglich zu verpflanzen. Aber jetzt, was für Nutzen haben wir davon, von diesem Baum des Lebens? Der nächste Satz sagt es eigentlich. Aber die Zweige desselben hängen über die Mauern auf unserer Welt herab. Ist das nicht wunderbar? Ja, obwohl der Baum weggenommen ist, hängen die Zweige noch in unsere Welt hinein? Habt ihr sie schon mal gesehen, diese Zweige? Können wir sie wahrnehmen? Oder ist das ein Gedanke von einer Frau, inspiriert vom Geist Gottes, das nichts mit der Realität zu tun hat? Das müssen wir uns natürlich schon fragen. Und dann kommt ein nächster Satz. Durch die mit dem Blut Christi erkaufte Erlösung können wir immer noch von seiner lebengebenden Frucht essen. Das ist eine Frage natürlich, die wir nur im Glauben beantworten können. Aber wir müssen zu einer Lösung kommen. Wenn diese Zweige noch in unserer Welt hinabhängen, wenn der Baum im himmlischen Paradies sich befindet, wie können wir Zugang haben zu diesem Baum? Das ist eine Frage, die wir uns gut überlegen sollten. Der Geist der Weisagung sagt hier in Erfahrung und Gesichter, Seite 45, Ich wurde auf Adam und Eva im Paradies aufmerksam gemacht. Sie saßen vor dem verbotenen Baum und wurden aus dem Paradies getrieben, vertrieben. Dann wurde das flammende Schwert um den Baum des Lebens gesetzt, damit sie nicht von der Frucht essen und unsterbliche Sünder sein würden. Und wir haben vorgehört, der Mensch kann immer noch von dieser Frucht genießen. Aber in einer anderen Bedeutung. Wir haben zwei Bedeutungen bei dem Lebensbaum, den Elmschi weit gebraucht. Erstens ist es der physische Gebrauch. Dieser Baum ist weg. Diese Zweige, die hier abhängen in unserer Welt, ist ein Bild. Und über dieses Bild müssen wir nachdenken. Also, habt ihr das verstanden? Das eine ist der Baum, der wurde verpflanzt. Also an diese Früchte kann keiner dran, weil der ist im himmlischen Paradies. Aber die Zweige hängen herab. Das ist ein Bild, um uns zu zeigen, dass Gott uns Zugang geben will, zurückzukehren zu dem Baum, von dem Offenbarung 22 Vers 2 steht, der mitten auf dem Platz steht, zwölfmal im Jahr Frucht trägt. Und überhaupt, dessen Blätter, und das ist vielleicht die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, dessen Blätter, was sollen sie bringen? Die Heilung der Heiden. Ist es nötig, wenn die erlöst sind, dass sie noch geheiligt werden oder dass sie noch geheilt werden? Was denkt ihr? Das ist für uns heute notwendig, damit wir dorthin kommen. Damit wir wieder zu diesem Baum kommen können. Heute ist es notwendig. Und Gott hat eine Lösung nur gewusst. Nur eine Lösung. Aber Adam musste mit dem flammenden Schwert konfrontiert werden. Er konnte nicht mehr diese Unsterblichkeit physisch erlangen. Das war nicht möglich. Als Adam in hohem Alter starb, da hat er gesehen, die Folge der Übertretung seines Lebens. Er hat es gesehen in keinem, er hat es gesehen in so vielem Verfall, der passiert ist mit dem menschlichen Leben, dass er sehr traurig war. Und jetzt hört Ellen Schieweid einen Engel fragen. Wer von der Familie Adam ist durch das flammende Schwert gegangen? Ein flammendes Schwert. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Zugang zu ist? Vielleicht können wir uns das einfach vorstellen. Wir drücken auf den Knopf beim Aufzug und die Tür geht nicht auf. Aber wir müssen hinein. Wir müssen einen Stock höher oder müssen einen Stock tiefer, um unser Leben zu retten. So hat Adam gefühlt. Keiner von Adams Familie ist durch das flammende Schwert gegangen, hat von diesem Baum gegessen. Deshalb gibt es auch keinen unsterblichen Sünder. Das ist die Begründung für Gott. Er wollte nicht, dass ein Sünder unsterblich wird. Das war die Begründung. Deshalb wurde der Weg versperrt. Deshalb wurde er aus dem Garten vertrieben. Adam und Eva. Und jetzt die andere Seite, nämlich die Seite, wenn sie zurückkehren. Die Heiligen werden in der heiligen Stadt bleiben. Das ist, wenn sie mit Jesus aufgefahren sind und in den tausend Jahren als Könige und Priester regieren. Und dann wird Jesus mit den Heiligen auf den Ölberg herabsteigen. Er wird sich spalten. Es wird eine große Ebene werden, auf der das Paradies Gottes ruhen wird. Und dann wird dieser Baum des Lebens natürlich wieder da sein. Das ist, was Gott eigentlich den Menschen schenken möchte. Und gehen wir zum nächsten Punkt. Der Spurgeon ist ein interessanter Prediger. Er hat zwar nicht die höchste Erkenntnis gehabt, aber er hat es verstanden, sehr viele Menschen anzuziehen. Und ich glaube, hier hat er eine sehr klare und sehr wichtige Bemerkung gemacht, die uns zum Nachdenken bringen soll. Und da sage ich, das ist, was ich auch glaube. Ihr werdet den Baum des Lebens nie richtig sehen, wenn er nicht zuerst auf das Kreuz schaut. Warum müssen wir auf das Kreuz schauen? Was ist an diesem Holz passiert? Da hat sich der Sohn Gottes an unserer Stadt hinrichten lassen, damit wir Unsterblichkeit haben. Hier hat etwas stattgefunden, was man jetzt sagen würde, ein Stamm, ein Holz. Was soll das für uns bewirken? Es kann nur etwas bewirken, wenn wir in Christus wirklich den finden können, der Lebensbaum ist. Glaubt ihr, dass wir das finden können in Christus? Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht von meinem Fleisch esset und von meinem Blut trinket, dann habt ihr keinen Teil an mir. Wenn Christus der Lebensbaum ist, und so sagen es uns auch die Zeugnisse, dann können wir Vertrauen haben, dass Christus auch an dem Tag, wo die Erlösten in den Himmel aufgenommen werden, wo das Paradies wieder für alle sichtbar ist, da wird sie auch Jesus wieder hineinführen in dieses Paradies. Das ist die Hoffnung, die die Christen haben dürfen. Nun, warum kam der Mensch aus dem Paradies heraus? Einfach durch seinen Ungehorsam. Er wollte sein wie Gott, er wusste, was gut und böse ist, er hat eine Neigung zum Bösen entwickelt und der Offenbarung wird das Gegenteil gesagt, warum die wieder Zutritt haben zum Baum des Lebens. Offenbarung Kapitel 22, lesen wir in dem Vers 12. Vers 14 hier. Selig sind, die ihre Kleider waschen. Das heißt, da muss eine Charakterveränderung stattfinden. Denn Kleid ist im biblischen Sinne Charakter gemeint. dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens. Wenn wir den Charakter Jesu annehmen, haben wir an der Gerechtigkeit Jesu Anteil, an diesem Gewand der Gerechtigkeit. Und dann haben wir Zutritt zu den Toren, hineinzugehen in die Stadt und Zutritt zum Baum des Lebens. Das ist eigentlich der Sinn dessen, weshalb Christus gekommen ist, dass wir wieder Zutritt haben können zum Baum des Lebens, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Das ist eine wunderbare Sache, die Gott vorgesehen hat und die es uns manchmal so schwerfällt, sie in der Konsequenz auch anzunehmen. Da heißt es hier im Bibelkommentar, die lebensspendende Frucht gehört uns durch Christus. Das ist, was uns gehören kann. Wenn wir unsere Gedanken, den Gedanken Christi unterordnen, dann kann die Frucht seines Leidens das Gegenmittel gegen unseren Tod sein. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache, die hier passieren kann. Und Gott möchte uns natürlich helfen, dass wir verstehen, dass wir verstehen, wie das im Detail geht. Nun, wir haben am Anfang gesagt, die Blätter des Baumes des Lebens, die dienen, wie es da im Kapitel 22 heißt, die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker oder der Heiden, aller Heiden, aller Völker. Nun, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir jetzt, dann glauben wir ja schon, dass wir dorthin kommen können, aber wie können wir jetzt, wie können wir jetzt diesen Schritt machen, wenn durch Ungehorsam des Menschen der Tod in die Welt kam, als Adam vom Baum der Erkenntnis und Eva auch gegessen hatten, deren Frucht verboten war zu berühren. Dann haben sie den Tod erfahren müssen. Dann haben sie erfahren müssen, dass die andere Frucht, die Leben garantierte, ihnen vorenthalten wurde. Weil Gott hatte die Absicht, niemals einen Sünder unsterblich werden zu lassen. Warum nicht? Wäre doch eine gute Sache, Gnade für alle walten zu lassen. Aber warum sollte der Sünder nicht unsterblich sein? Was hat die Sünde auf diese Welt gebracht? Am Ende Corona, sagen wir heute. Am Ende haben die Menschen vor, das Altern zu stoppen der Menschen durch Genmanipulation. Das ist ihre Idee. Sie wollen selber das tun, was Gott eigentlich vorgesehen hat. Sie wollen aus eigener Kraft ewiges Leben erlangen. Heute spekuliert man darüber über 150 Jahre. Könnte man das Leben verlängern. Vielleicht für eine Minderheit heute, die es sich leisten kann. Aber da sieht man schon, das gibt Aufruhr, wenn man das machen würde, nur für eine Minderheit. Als ob man überlegt, wie kann man für alle Menschen das machen, dass sie doch länger leben können. Ich meine, man hat schon festgestellt, dass durch die moderne Medizin die Menschen älter werden. Aber was passiert in der gleichen Zeit? Die Menschen werden älter. Steigt die Lebensqualität oder sinkt sie? Für die alten Menschen, im Durchschnitt gesehen. Was denkt ihr? Für die Wohlhabenden steigt sie und für die, die ihr Leben in Heimen verbringen müssen, da sinkt sie. Gewaltig. Das hat man in dieser Corona-Krise gesehen, dass sie gesunken ist. Nun, letzten Endes ist es so, dass der Lebensbaum für uns gepflanzt ist. Am Anfang hatten die Menschenkinder keine praktische Erkenntnis des Bösen. Aber Jesus musste in diese Welt kommen, um den Menschen zu zeigen, dass er für sie den Lebensbaum als Heilmittel gegen die Sünde gepflanzt hatte. Nun, was ist aber dieses Heilmittel gegen die Sünde? Für die, die Ellen Schieweit kennen, ist es klar eigentlich. Sie sagt, die Bibel ist unser Lebensbaum. Eine zweite Metapher. Erste Metapher, Jesus ist der Lebensbaum. Die Bibel ist der Lebensbaum. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, ein dritter Punkt. Lassen wir den noch beiseite. Die Verheißungen sind Blätter vom Lebensbaum. Wenn ihr euch in der Lage befindet, ich weiß nicht, ob es euch je in eurem Leben gegangen ist, ist so, dass ihr nicht euch habt weiterentwickeln können, charakterlich. Das kann Menschen passieren, die in Süchten gefangen sind. Kann passieren oder nicht. Die machen nicht so einfach eine Entwicklung durch. Für die schreibt Schwester Weid, und das ist unser geistliches Werk, für die die Verheißungen Gottes zu zeigen und immer wieder zu zeigen, das sind die Blätter des Lebensbaumes. An anderer Stelle sagt er, Christi Gleichnisse, das ist Blätter vom Lebensbaum. Wir sollten uns das merken. Die Christi Gleichnisse ist etwas, womit man Menschen konfrontieren kann. Da hat Jesus auf eine unglaublich charmante Art und Weise Wahrheiten ewigen Lebens den Menschen gebracht, sodass Heilung der Seele stattfinden kann. Christus ist die Quelle unseres Lebens. Wann ist er die Quelle unseres Lebens? Ist er die Quelle meines Lebens? Wenn ich nicht die Bibel lese, ist er die Quelle der Unsterblichkeit? Wenn ich nicht über das Wort Gottes nachdenke, ich muss es, was heißt das eigentlich es essen, das Fleisch essen? Es muss ein Bestandteil meines Wesens werden. Und das sind natürlich Bilder, die vielleicht für junge Menschen nicht so einfach zu verstehen sind, für die, die sich mit den Dingen befasst haben, vielleicht leichter zu verstehen sind. Und da hat Leo Tolstoi, ein interessanter Schriftsteller, finde ich, geschrieben, die Kraft des Gedankens ist unsichtbar wie der Same. Die Kraft des Samens, wann kann man die wahrnehmen? Hier spricht der Gerd Massages. Wann kann man die Kraft des Samens wahrnehmen? Wenn es erst aus dem Boden herausschaut, dann kann man die Kraft des Samens wahrnehmen. Aber vorher, wenn er in der Erde liegt, die Kraft ist verborgen, ist unsichtbar wie der Same, aus dem ein riesiger Baum wächst. Und so will Jesus auch in unsere Herzen Samen streuen. Das Wort Gottes will er streuen. Aus dem ein riesiger Baum. Es ist aber der Ursprung für die sichtbaren Veränderungen im Leben der Menschen. Wenn der Baum des Lebens Christus an unseren Herzen wirkt, wird er sichtbar sein an Veränderungen in unserem Leben? Ich glaube, ansonsten ist zu fragen, ob wir unsere Gedanken, den Gedanken Christi wirklich untergeordnet haben oder unsere eigenen Gedanken leben, wenn keine Veränderung sichtbar ist. Manchmal sind äußerlich Veränderungen sichtbar, aber im Herz toben die alten Konflikte. Und das ist vielleicht auch das, worauf man besonders achten muss. Man muss besonders darauf achten, dass manche Veränderungen scheinbar nicht sichtbar sind, dass unsere Herzen in einem Zustand sein können, dass wir über das Wort Gottes nachdenken, aber nicht praktizieren, was wir gelernt haben. Gibt es Veränderungen in unserem Leben? Wir wissen die Bibel, aber wir ändern in unserem Leben nichts. Gibt es eine Veränderung unseres Menschen von uns? Gibt es eine Veränderung? Wir wissen die Wahrheit, aber wir leben sie nicht. Ich glaube, das ist das, was am schlimmsten ist am Ende, dass wir in einen Zustand kommen können, dass wir der Wahrheit verstandesmäßig zustimmen, aber das Herz bleibt dahinten, das Herz bleibt dahinten. Maßgebend ist bei allem tun, das sind frühe Schriften, Band 2, 188, maßgebend ist bei allem tun, ob es von der Liebe zu Gott und zu den Menschen getragen wird. Nur wer Gottes Gebote ernst nimmt, kann wirklich in seinem Dienst tätig sein. Die Frucht, die am Baum unseres Christseins, denn wir können auch, eigentlich sollte der Christ auch ein Lebensbaum für andere sein, die Frucht am Baum unseres Christseins wachsen soll, heißt fünf Buchstaben. Liebe, nur sie kann dazu beitragen, dass anderen geholfen wird. Da sollten wir unser missionarisches Verständnis stärken, an solchen Punkten. Hier schreibt sie, indem Gott sein Wort gab, hat er der Menschheit ein Blatt vom Baum des Lebens gegeben, das zur Heilung der Völker dient. Das ist nicht Offenbarung 22 Vers 2, wenn wir wieder Zugang haben, sondern heute, heute brauchen wir Heilung. Wir können nicht darauf warten, dass wir zu dem Baum des Lebens im Paradies gebracht werden und dort geheilt werden, dass unsere Sünde dann kuriert wird. Darauf zu warten wäre zu spät. Insbesondere werden die Kranken getröstet, wenn sie das Wort Gottes hören. Warum? Warum werden die Kranken getröstet? Warum ist Jesus gerade für die Kranken ein so großes Trostwort, ein großer Tröster. Denn indem Gott sein Wort gab, hat er der Menschheit ein Blatt vom Baum des Lebens gegeben, das zur Heilung der Völker dient. Nun, die Blätter des Baumes kann man rein physisch verstehen oder in Metaphern. Und das ist, was wir in der Bibel lernen müssen, dass wir manchmal mit einer doppelten Bedeutung zu tun haben. Wir denken immer, das ist sehr einfach geschrieben, aber in vielem finden wir eine doppelte Bedeutung. Und die Zeugnisse von Ellen Menschen, wie weit helfen uns eigentlich in dieser Richtung? Zum Beispiel das Essen und Trinken, also wir müssen ja auch diese Blätter essen, das ist wieder so ein physischer Begriff, die Blätter essen, ist mein eigentlich in der Bibel lesen, darüber nachdenken. Das Essen und Trinken stellt die Nähe zu Jesus dar. Einfacher Satz, oder? Wie weit sind wir von Jesus entfernt? Wir können jetzt das lesen und unsere Herzen können weit von Jesus entfernt sein. Das ist eigentlich, was uns passieren kann. Wir können zu Formalisten degenerieren. Das kann uns passieren. Und Gott behüte, dass uns das passiert. Christus benutze dieses Sinnbild des Essen, das ist ein Zeugnis Bibelkommentar und Trinkens, um die Nähe zu haben müssen, die am Ende an seiner Herrlichkeit teilhaben. In ähnlicher Weise werden, wenn wir den Worten des Herrn Jesus glauben und sie empfangen, werden sie Bestandteil unseres geistlichen Lebens. Das ist, was Gott beabsichtigt. Unser geistliches Leben soll aus dem Wort Gottes genährt werden. Und wenn das passiert, dann haben wir Frieden, Hoffnung und Freude. Das ist, was Jesus uns vermitteln will. Dann geraten wir nicht so leicht in Unruhe. Was uns Menschen ja passieren kann. Die Schwester hat es berichtet. Das kann uns passieren, selbst wenn es nicht um uns persönlich geht, sondern unsere Kinder, dass sie aus unserer inneren Ruhe heraus kommen. Oder hier, Computer funktioniert nicht, wie es mir vorher passiert, dies und jenes funktioniert nicht, oder ist ein bisschen umständlich. Der Herr möchte, dass wir Ruhe Lebensbaumes haben geschehen kann. Da heißt es, Christi lehren sollten für uns wie die Blätter des Lebensbaums sein. Aber wir müssen das Brot des Lebens essen und verdauen, um einen ausgewogenen Charakter zu offenbaren. Durch unsere Einheit, dadurch, dass wir andere höher einschätzen als uns selbst, geben wir der Welt ein willwändiges Zeugnis von der Macht der Wahrheit. Fällt es uns immer einfach, andere höher zu schätzen als uns selbst? Können wir für jemanden beten, der an uns verkehrt gehandelt hat? Dann schätzen wir ihn höher als uns selbst. Ich glaube, das ist ein Beweis dafür. Wenn Menschen sich ganz Gott übergeben, dann essen sie das Brot des Lebens und das Wasser der Erlösung, trinken sie, dann werden sie in Christus aufwachsen. Der Charakter besteht aus dem, was der Geist isst und trinkt. Aber interessant ist eigentlich, dass wir einen Körper brauchen, um einen Charakter zu entwickeln. An unseren körperlichen Reaktionen können wir selber wahrnehmen, in welche Richtung sich unser Charakter entwickelt, inwieweit wir Geduld gelernt haben, inwieweit wir mit dem Altern zu Streich kommen oder uns dagegen wehren. Die Wissenschaft bietet uns Möglichkeiten an, uns gegen das Altern zu stemmen. Für die Frauen sind es Färbemittel, für die Männer sind es andere Mittel. Die Wissenschaft bietet vieles an, um scheinbar den Menschen ewiger Jugend zu erhalten, du hast das Richtige gedacht, aber letzten Endes führt es zur Zerstörung des Menschen. Bei den Färbemitteln ist bekannt, krebs erregend. Bei den anderen Mitteln für die Männer ist es gefährlich, Herzprobleme zu erliegen, weil die Menschen, wenn sie älter werden, haben sie Probleme in ihren Gefäßen. Sie sind so jung, wie ihre Gefäße jung sind und so alt, wie ihre Gefäße. Ein 30-Jähriger kann zwar dem physischen Alter ja nicht mit einem 60-Jährigen verglichen werden, aber er kann im chronologischen Alter so alt sein wie ein 60-Jähriger, wenn seine Gefäße zu sind, wenn er sich falsch ernährt hat, wenn er viele Verkehrtheiten getan hat. Das ist leider so, obwohl Gott Geduld hat und viele Ernährungsfehler sich über Jahrzehnte lang hinziehen. Nun, wir wissen viel, wir haben viele Erkenntnisse, ein Mittel für den Menschen, um ihm das Alter in einer gewissen Lebensqualität zu erhalten, ist eigentlich die Gesundheitsreform gewesen und sollte von uns genützt werden, bevor wir alt werden, weil dann ist es meistens nicht mehr so rückgängig zu machen, was an Fehlern passiert ist. Aber auch da gibt es gewisse Möglichkeiten. Man hat festgestellt, zum Beispiel, was ist ein größtes Problem beim Alter? Was denkt ihr? Was ist das größte Problem beim Alter? Wenn das nicht mehr funktioniert, wenn wir demenzielle Prozesse haben, dass das Gehirn nicht mehr richtig arbeitet, ist es schlimmer für einen alten Menschen, als diese körperliche Gebrechlichkeit zu ertragen. Das ist schwieriger. Warum? Weil er orientierungslos ist. Er ist eigentlich nicht mehr als Persönlichkeit fassbar. Möchte der Herr helfen, dass wir sowohl die Blätter des Baumes des Lebens als einen Aufruf zur Gesundheitsreform betrachten, als einen Aufruf betrachten, zu dem himmlischen Lehrer zu gehen, der uns eigentlich über unsere Psyche, über unseren Charakter lehren will, der auch im Alterungsprozess eine Rolle spielt. Was passiert im besten Sinne, wenn ein Mensch altert? Wird der Charakter geringer oder größer? Was denkt ihr? Es sollte eigentlich der Prozess passieren, dass er zu vollkommen herzinschreitet. Das sollte eigentlich passieren. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass schon die Jungen entscheiden, die Kinder entscheiden, ich möchte dem Charakter Jesu ähnlich werden. Ich möchte all das tun, nicht wegen gesundheitlichen Folgen. Das ist eine Sache. Man macht im Leben manche Fehler. Aber hauptsächlich um den Charakter zu entwickeln. Warum sitzen wir hier? Wir möchten mit Jesus die Ewigkeit verbringen. Das ist eine Charakterfrage. Zwar spielen gesundheitliche Probleme unter Umständen im Verständnis der Wahrheit eine Rolle, aber letzten Endes möchte der Herr helfen, dass wir dieses Ziel erlangen, an dem Tag, wenn er kommt und die Seinen zu dem Lebensbaum führt, die zwölfmal Früchte tragen. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht, dass wir dann bei denen sind, die Jesus hinführt, zu dem Baum des Lebens. Und wir werden es auch dann sein, wenn wir heute unsere Krone, unseres eigenen Ichs ihm zu Füßen legen, dann wird es so sein. Oder denkt ihr anders? Es wird nicht anders sein. Und ich glaube, das macht es wert eigentlich, eine biblische Altersforschung zu betreiben. Die weltliche Altersforschung geht von dem Körper aus. Die biblische Altersforschung geht davon aus, da ist mehr als 150 Jahre drin, da ist ewiges Leben geboten. Aber das ist eine Charakterfrage. Möchtet ihr helfen, dass wir erkennen, dass Gott in der Natur solche Beispiele gegeben haben, wie den Lurch in Mexiko, wo alles wieder regeneriert werden kann. Wenn ihm ein Glied fehlt, die DNA ist so konstruiert, dass es reparieren kann, das hat Gott auch vor mit den Seinen. Er will sie wieder zu einem Ganzen. Ich werde keine Hörgeräte mehr tragen, ich werde keine Brille mehr tragen, das ist eine Hoffnung. All diese menschlichen Schwächen, mit denen wir es heute zu tun haben, will Gott eigentlich verschwinden lassen. Wir sollten uns überlegen, ob wir den Charakter Jesu haben bedanken, Bruder Blessinger und wir werden unsere Stunde schließen und suchen dazu ein Lied. Das Lied 440 singen wir kommen zu dem Heiland. Nummer 440 wir singen alle drei Stufen. Schönen dem Heiland kommt der Freund folgt seinem Wort jetzt ist es noch sein er ist uns nach und sind im Bereich und unser Freund nicht Gott Herrlich Herrlich wird es anders sein wenn wir ziehen von Sünde frei und wein in was gelobt der kann nur allein Jesus wie wirklich gut wo merkt hier und hört er sein Wort gib ihm dein Herz und folg ihn sofort er ist dein seger ewiger Gott O, für so wenig, jetzt ist schon mal, mit Leben und Lach, mit der helllichen Feind, von nur als Sünder Gott. Herrlicher, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen vom Sünder frei und rein, in das Geruch der Karnei, Jesus, ich will mich holen. Gütiger Vater, wir danken dir für das Opfer deines Sohnes, das es uns möglich gemacht hat, in ihm den Lebensbaum zu finden, der uns am Ende aller Tage zu dem Lebensbaum im Paradies führen wird, wo der Segen über all deine Kinder in reicher Fülle immer da sein wird. Ewige Freude hast du verheißen deinen Kindern, kein Leid mehr, kein Tod mehr. All das hast du durch Jesus möglich gemacht, dass wir es überwinden können. Du möchtest Gnade schenken, dass wir in Jesus auch unser Heil suchen und finden möchten, dass wir wirklich von den Blättern des Baumes, des Lebens, dessen Zweige herabhängen in unserer Welt, Zugriff erlangen möchten. Durch Glauben ist es möglich, lieber Heiland. Stärke uns darin, dies ist mein Wunsch und Gebet, ein jeden, die Kleinen, die Jugend, die Großen, aber auch die Älter gewordenen. Möchtest ein jeden segnen, dass er seinen Weg an deiner Seite finden kann und gehen kann, bis zur himmlischen Heimat. Amen. Amen. Wir singen in Nord. Wir singen in Nord. Und der Friede des Herrn, welche Höhe sind alle Vernunft. Und der Friede des Herrn, welche Höhe sind alle Vernunft, bewahrt unsere Herzen und Sinne, in Christus, Jesus, bis zum ewigen Leben. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020